Hinter dieser Türe ist sich Melanie zusammen mit den Backgroundsängerinnen auf die erste Probe am Vorbereiten. Wir sind hier bei der Garderobe, wo zum Beispiel auch Schweden, der Nachbarort der Schweiz, also zumindest einmal hier in der Garderobe, ebenfalls am Üben ist. Und natürlich wimmelt es hier auch nur von Journalisten. Melanie ist schon gefragt, die Frau muss schon viele Interviews geben. Aber jetzt gilt es das erste Mal ernst. Jetzt geht es das erste Mal auf die grosse Showbühne für die erste Probe. Hi. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Hello. If this is okay for you, this would be perfect for us two. Yeah. Thank you. Perfect. Great, thank you. Good job. Living my dreams, never been so alive. The skies that leave me down that I know I can't fall. No more pulling me down, no more mucking around. I'm out. 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 Three, two, one. Cause I'm living my dreams, never been so alive. The sky is burning me down that I know I can't fly. No more pulling me down, no more fucking around. Every night I'm just my time to shine. It's my time to shine. Okay. The first time on stage, how was it? Great. It was great. How nervous did you get? I'm buzzing. Okay. Still. I'm so excited. Merci. The next time I was here. The sky is stunning. It's my time being the sky. The sky. The sky. It's my time being the sky. I'm like, it's my day.